So, hier kann man nämlich auch solche komischen Orbs oder was auch immer hier Perlen sich ansammeln und hierfür kann man auch natürlich was kaufen und hier gibt es ein paar schöne Minispiele, die man dadurch kriegen kann. Zum Beispiel dieses hier, das müsste ja noch einigen bekannt sein. Ja, das will ich auf jeden Fall. Damit wir auch alle Minispiele so durchbekommen. So, da hatten wir gerade, Moment, da hatten wir nämlich gerade das Samurai-Spiel. So, hier haben wir dann auch noch diese komischen kleinen Roboter, die sind auch gut, aber da habe ich leider keinen Text dazu, schade eigentlich. So, was gibt es noch? Oh hier, Fische, das nehme ich auch mal. Da habe ich nämlich auch zumindest einen Text mal angefangen, zu dem hier habe ich auch mal einen Text angefangen, aber nie fertig bekommen bisher. Äh, aber ich bin kurz davor, es fehlen eigentlich nur noch zwei, drei Zeilen und das müsste ich normalerweise im Duett mit einer Frau sehen. Ah. So, äh, was haben wir noch so? Wir haben insgesamt noch neun von diesen Teilen übrig. Was ist das denn? Tritt? Also das kenne ich auf jeden Fall. Das ist... Ja, so geht das von der Melodie her. Das ist hier... Ich mach da mal leiser. So, was ist hier? Äh, into you, into you. Da steht sogar das Wort Rap. Oh hier, das ist, äh, Porno-Musik. Hier war, ähm, was anderes halt, ja. Ach, das hier ist sie. Und bei Electronic Arts sind die Konten egal, Hauptsache die Zahlen, die sind schwarz. Das ist auch nur so ne kleine Textzeile, die ich drauf gedichtet hab, nicht ein vollständiger Text. Oh hier, das ist auch schön. Holt mich doch bitte mal jemand hier runter. Ich habe Höhenangst, ihr Affen. Äh, ich kann mich leider nicht mehr lang halten. Und ihr braucht gar nicht so zu gaffeln. Ja, äh, da habe ich auch ein bisschen dran rumgetextet, war aber auch nicht alles. Was ist das denn hier eigentlich? Ist das bitte, lass es das sein, was ich denke. Ich nehme es einfach mal und spiele es. Ich glaube, uh, das ist das. Karateka? Ja. Baby, I'm a broken man. I'm just a shattering stone. Pam, pam. Jo, es ging ja noch einfach, ne? Also auf jeden Fall, hier ist es ja auch noch auf, äh, japanisch. Und es ist sogar besungen wahrscheinlich dann. Also könnte ich eigentlich nicht mit Englisch mit reinsingen oder gerade eine deutsche Version dazu sehen. Oh, pam, 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 pam. Das ist, glaube ich, im japanischen oder so ähnlich. Und bam, wir haben es geschafft. So. Eigentlich sollte ich da wirklich jetzt nicht in die Musik rein singen, aber ich hab voll Bock drauf. Ding. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, Baby, I'm a broken man, I'm just a shuddering storm, Baby, trying to find my way as a lonely shadow swan, Oh, 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 I'm just a man, missing you, please understand, without you, I'm dying, oh, no one will know, how I bear my pain alone, in the end, I choose my solitude. Oh Gott, ich sollte lieber aufhören, ich krieg da die Tonlage nicht hin, beziehungsweise ich bin zu hoch, glaub ich, eine Oktave. Ah, der ist ja so, D右 ist ja so, D右 ist ja schon so, und dann kann ich, sondern warte, 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 wo du bist jetzt. Und dann kann ich es gar nicht aus devastated, was ich immer wieder wusste, und dann kann ich das. It's just the way that it is. Upsack! Ich konzentriere mich lieber mal aufs Spiel. Das ist schon so viel. Immer wenn ich mitsingen will, klappt das nicht mehr. Das war bestimmt eine schlechte Leistung. Ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt geschafft habe. Zu langsam manchmal. Und gerade noch weit über dem Nicht-Geschafft. Ist ihm die Hose aufgegangen. So, das hätten wir. Und dann gibt es noch das hier. Das muss ich mal versuchen. Und ich kriege das hin. Nicht gut, aber ich werde es hinkriegen. Das kennt ihr doch bestimmt auch noch. Für die, die die Vollvertexte-Videos kennen, dürfte dieses Lied eigentlich klar sein. Die Spinnen müssen weg und die komischen... Der hat geklatscht. Das hat man gesehen. Und jetzt... ...double-up-statt... ...double-up. Ich mach Akkordarbeit den ganzen Tag. Ihr könnt euch sicher vorstellen, dass ich das nicht mag. Ich hätte gerne Pause, wird sogar nach Hause, doch da steht nicht im Arbeitsvertrag. Ich war für die Firma da, von Anfang an und mache diesen Job schon fast mein ganzes Leben lang. Die Arbeit hier am Band, die hat mich ausgebrannt und bald verliere ich noch den Verstand. Geht's für mich beruflich nirgendwo mehr weiter? ...als Vorarbeiter oder Abteilungsleiter. Ich kann hier nicht mehr stehen, ich will das nicht mehr sehen. Ich werd hier zum Chef rüber gehen. Und ich sag, hey Boss, sag mir mal, was kostet das schon? Vielleicht ne Viertelstunde Pause und zumindest Mindestlohn. Produktiv sein ist nicht einfach und das ist ja wohl klar mit höchstens drei. Mit Regentagen, Urlaub im Jahr. Ey, sag mal Keule, was bist du denn für'n Wicht? Wenn du weniger malochen willst, dann hab ich was für dich. Jetzt bin ich arbeitslos den ganzen Tag und das nur, weil ich meinem Chef die Meinung sag. Es ist natürlich nicht genau die gleiche Version, die ich benutzt hab auf dem Wii-Spiel, weil es war nämlich die zweite Version, die ich da benutzt hab, weil die einfach schöner klingt, aber ist ja auch egal. Und schneller aber. Manchmal ist das ja auch ein schönes Kriterium. Hm, was haben wir jetzt? In einer weit entfernten Länder und so weiter. Ach man, ich wollte dazu ja mal einen zweiten Text haben für die zweite Version auch. Also für, für Nummer 1. Dann muss er jetzt einfach nur das machen, na toll. Ohne, ohne dass irgendwas kommt, aber auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ja. Äh, äh, es gibt ja, äh, 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 auf der Wii 2 Version von diesem Minispiel, eine Leichte und eine Schwere. Und für die Schwere hätte ich jetzt gerne eigentlich noch so ein Text gehabt, weiß ich nicht. Äh, ich hab den schon mal angefangen, aber der ist leider noch nicht ganz fertig. So von wegen, dass die Geister sich an ihm rächen und, äh, dass ich in dieser Version auch äh, äh, keinen einzigen Trefferlanden wollen würde. Oder vielleicht so am Anfang ein paar und dann gar nicht mehr, dass er überrannt wird von denen. Das wäre schön. Das wäre natürlich dann verloren, aber das macht ja nix, ne? Nur zur... Nur damit das Lied... Damit es zum Lied passt. Aber ich kann den Text nicht, beziehungsweise ich habe ihn nicht vollständig. Hier irgendwas mit Runde 2. Aber ich habe wirklich nicht... Ich versuche mal zu überlegen, wie weit bin ich denn damit. Ne, ne, ne. Weiter komme ich nicht. Also es ist nicht möglich. Dann muss ich die erste Version erstmal machen. Also bringen. Tun. In einer weit entfernten Länderei steht er allein, der Samurai. Mit seiner Klinge teilt er uns in zwei. Was denkt er sich denn nur dabei? Wir sind nur ein paar kleine Geister. Haben noch niemals jemandem was getan. Doch dann kommt dieser Typ da an. Doch dann kommt dieser Typ da an und bringt uns um in seinem Wahn. In das Land, das unser Volk regiert. Sind böse Dämonen. Sind böse Dämonen einmarschiert. Und zur Flucht bleibt uns nur dieses Tor. Und dieses Monster steht da vor. Hat ein Windrad uns gestohlen. Ist es ein Verbrechen, es sich wieder zu holen? Uns so zu behandeln ist einfach nicht fair. Wir haben es doch auch so schon schwer. Lass uns bitte hinaus. Wie können wir dann nach vorn noch nach haus? Wenn wir jetzt kapitulieren ist es aus. Also macht weiter. Lass uns nicht scheitern. Greift ihn an mit vollem Mut. Oder versucht zumindest durchzukommen. Er ist einfach viel zu gut. Hat unsere letzte Chance genommen. Und dafür habe ich trotzdem das Windrad wiederbekommen. Ja. Das muss jetzt merkwürdig sein für diese Leute. Die diese voll vertextet Videos überhaupt gar nicht kennen. Aber ja. Ich habe einige dieser Lieder schon mit Text ausgestattet. So. Was haben wir hier? Ein anderes Minispiel lässt sich jetzt auf perfekt spielen. Ich bin ja mal gespannt. Wollen wir das überhaupt? Eigentlich könnte man ja ruhig mal weitermachen. Oh. Steppen. Steppen finde ich gut. Das mache ich auch für perfekt. Und da bin ich auch ganz leise. Und da bin ich auch ganz leise. Ich habe meine Güte. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020